So, meine lieben Freunde, wir kommen heute wieder zu einem neuen Video und zwar ein neues Paket von der Seite lukik.shop. Viele kennen die Seite, viele wissen auch die Seite, ey, ist eine super Seite, wo man super Replika-Schuh kaufen kann und das direkt aus China. Hier aber nicht komplett mit dem Versand-Direct, sondern hier geht das auch über den 3x-Versand. Sorry dafür. Ähm, ja, ihr könnt hier die Schuhe super bestellen. Das ist wirklich bequem über den 3x-Versand. Was ist ein 3x-Versand? Ich will jetzt gar nicht so genau auf das Thema eingehen. Sprich, aber ihr habt keine Zoll-Probleme, das kann man so im Groben, in Anführungsstrichen, erstmal sagen. Das geht hier über eine deutsche Adresse, sprich, ihr bekommt am Ende ein Paket von einer deutschen Adresse, habt auch nichts mit Zoll-Einfuhr, Steuern und Co. zu tun. Das ist das Wunderbare, so kann man den 3x-Versand erstmal kurz und knackig erklären, was für jeden eine bessere Wahl ist. Früher gab es sowas nicht, wo ich noch angefangen habe zu bestellen, da ging das immer direkt aus China, seit also Anfang Corona geht das hier über so einen 3x-Versand. Warum auch immer, das funktioniert aber und so dank es funktioniert, solltet ihr es auch nutzen. Wir haben jetzt hier von der Seite lukik.shop ein Paket drin. Wir sehen jetzt auch schon, das ist schon mal hier erwähnenswert, also Doublebox, sprich, zwei Pakete, also ineinander von der Seite, wie gesagt, lukik.shop. Link zu der Seite jetzt hier in der Videobeschreibung, also checkt das gerne aus. Falls ihr da was kaufen wollt, seid ihr auf der Seite auf jeden Fall nicht falsch, weil die Seite hat wirklich wunderbare Qualitäten an Ereptica-Schuhen. Und vor allem hier auch klassischen, so Jordan, so Vierer-Modellen, das geht auf jeden Fall alles fit. Wir haben jetzt hier unser, ja, unser Box-Nabel, unsere Box hier im Großen und Ganzen, sieht das hier wieder ganz clean aus. Jetzt hier, zack, unseren Deckel, rot in der Mitte, ganz klassisch. Dann haben wir hier unseren wunderschönen Jordan Vierer. Ist nicht das erste Mal, dass ich den Schuh jetzt hier im Replica in der Hand halte. Und das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Dazu aber, checkt das mal hier auf jeden Fall ab. Stock X-Tags, mehr ist hier auch gar nicht drin. Wirklich ein ganz klassisches Jordan Vierer-Paar. Wir sehen aber auch gleich schon hier, ich finde das immer so toll zu sehen. Wirklich ein wunderschönes Jordan Vierer-Paar, ganz klassisch gehalten. Wir haben komplett viel Kunstleder, was ich mag, was halt schnell so billig wirken kann. Hier bei Nike ist es, ja, das geht. Das ist jetzt nicht billig, ist aber auch nicht mega hochwertig, wie bei Louis Vuitton-Trainern. Das ist aber auf jeden Fall akzeptabel für den Preis, den man theoretisch im Retail zahlen würde. Oder auch den Preis, den man hier im Replica zahlen würde. Im Resale, diese 300, 400 Euro, das lohnt sich nicht, meine Freunde, für die Qualität, die du hier bekommst. So, wir haben aber trotzdem eine wunderschönes, ganz stichtgehaltene Basis vom Schuh. Dann mit diesen auch wieder hier stichtgehaltenen und nicht so lauten Farbtönen. Dieses komplett Schwarze mit diesem wunderschönen Grün finde ich auf jeden Fall sehr pornös. Das sieht schon sehr geil aus. Auch vorne hier nochmal ganz, ja, so stichtgehalten. Und nochmal ist auch hier die Lasche. Wir sehen noch gleich schon hier mit dem wunderschönen Kunstleder, was ich gerade meinte. Das sieht schön aus, diese Basis auch, ja, die Struktur hier drauf. Dann auch vorne die Konturen, wie das hier, ja, so abgerundet ist. Wo wir dann innen drin auch gleich nochmal Air Jordan finden. Innen drin alles, ja, ihr seht das schon ein bisschen am Stoff. Das ist wirklich so flauschig. So wie es aussieht, so festigt das auch an. Innen drin haben wir unser Side-Stick, sonst ein Jordan 4er. Wie der halt innen drin aussieht, so ein Jordan 4er. Wir haben es hier, wunderbar. Ja, was kann man hier zeigen? Ja, wir haben hier die Curves, alles super. Hinten sieht alles super aus. Also wenn man sich das richtig anguckt, sieht das hier ordentlich aus. Wir haben auch hier wunderbar. Das sieht, ja, das geht auf jeden Fall fit. Auch hier gleich der Jumpman in so einem 3D. Das ist auf jeden Fall ordentlich, auch von der Seite. Ja, auch hier. Ja, also ihr seht das überall. Wir haben diese komplette Struktur hier. Ja, das sieht ordentlich aus. Und dann haben wir auch komplett den ganzen Schuh hier, ja, mit einer schönen Form. Wie sehen die Nähte? Wie sehen auch die Konturen alleine, was ich mir gerade angeguckt hatte? Das sieht ordentlich aus. Ihr seht die Konturen, wie ordentlich die hier sind. Ja, das sieht wirklich clean aus. Und sonst, ja, also komplett, ihr seht das, ein ganz klassischer Jordan 4er. Hier aber wirklich mit einer sehr feinen auch Verarbeitung nicht super fein, wie gesagt. Man darf dabei nicht verdenken, das ist ein Nike-Standard. Der ist jetzt nicht mega clean. Aber für den Nike-Standard ist das sehr clean. Und dafür, dass das ein Replica sein soll, ist das 1 zu 1. Und das sehen wir auch eindeutig. Jemand, der schon mal den Original in der Hand hatte, weiß, hier ist kein Unterschied. Hier sieht man auch großartig keinen Unterschied, wenn man sich da jetzt nicht irgendwie mit einer Lupe hinsetzt. Glaube ich nicht, dass man da innerhalb von 5 Minuten da einen Unterschied erkennt. An irgendwelchen Details vielleicht innen drin, dass man sagt, komm, das kommt nicht richtig aus der originalen Fabrik. Das ist nicht so verifiziert. Sonst aber glaube ich wirklich, und ihr seht es auch, das ist wirklich eine super Qualität hier. Also man kann sagen, das ist wirklich ein super 1 zu 1 Modell. Hier von der Seite lookquick.shop. Checkt die Seite auf jeden Fall aus. Link in der Videobeschreibung. Sonst wünsche ich euch dafür nochmal einen wunderschönen Tag. Wir können auch mal vorne hier gucken. Zack, das ist auch hier elastisch. Das ist auch auf der Seite elastisch. Wir sehen das. Ich halte ein bisschen lange Nägel, dass ich hier nicht richtig greifen kann. Das sieht aber wirklich super aus. Also wirklich eine super Qualität vom Feinsten. Auch das Leder sehen wir hier in einer wirklich sehr, sehr, sehr feinen Qualität. Das sei auf jeden Fall gesagt. So. Checkt das auf jeden Fall aus. Lookquick.shop. Link in der Videobeschreibung. Wunderschönen Tag noch, meine Freunde. Und ciao. Da könnt ihr diese cleanen Jordan 4er kaufen, aber auch viele andere Schuhe aus sehr bedingten Modelle. Und zum Beispiel einen Jordan 4er Black & Yellow. Oder auch einen Jordan 4er in Kooperation mit Off-White. Das geht alles auf der Seite. Schaut euch das ruhig sehr angenehm an. Link in der Videobeschreibung. Rabattcode auch da, um etwas zu sparen. Benni. Wunderschönen Tag noch, meine Freunde. Und ciao.